Schwarz-Weiß, Kapitel 13, Aufbruch Am Abend kam Poppy wieder aus ihrem Büro und gesellte sich zu Snape ans Bett. Severus, kannst du den Jungen bitte aufwecken? Warum, er hat gerade keine Albträume und er muss dringend Schlaf nachholen. Das ist mir schon klar, aber du hast gesagt, er hätte sich schon wieder übergeben, deswegen muss er heute noch etwas essen. Harry kann es sich einfach nicht leisten, weitere Kalorien zu verlieren, deshalb, so leid es mir tut, weck ihn bitte auf. Seufzend richtete der Tränkemeister sich in seinem Sessel auf. Das war alles Dumbledores Schuld, hätte er den Jungen nicht so aufgeregt, könnte er jetzt in Ruhe weiterschlafen. Sanft legte er seine Hand auf Harrys Kopf, aufmerksam wurde er dabei von den beiden Wächtervögeln beobachtet. Er streichelte ihm übers Haar. Harry, aufwachen. Der Junge murrte protestierend, öffnete dann aber doch die Augen. Verschlafen blinzelte er in zwei Onyxfarbene Augen, die ihn aufmerksam ansahen. Sofort war der Junge wach. Professor, ist etwas passiert? Nein, Harry, alles in Ordnung. Poppy meint nur, sie sollten noch eine Kleinigkeit essen. Nickend setzte sich der Junge auf und rieb sich die Augen. Man könnte fast meinen, kotzen ist meine neue Freizeitbeschäftigung. Zumindest kommt es mir so vor, als würde ich gar nichts anderes mehr tun. Oh, tut mir leid, wegen der Wortwahl, Professor. Entschuldigend sah der Junge zu seinem Lehrer auf. Das macht nichts. Sie haben allen Grund, sich aufzuregen. Was der Direktor ihnen gesagt hat, war auch wirklich nicht leicht zu verdauen. Snape musste es wissen, denn ihm lag die Unterhaltung sozusagen auch noch im Magen. Poppy hatte inzwischen das Abendessen, bestehend aus einem nahrhaften Brei und Tee, sowie die Tränke für Harry vorbereitet. Sie stellte alles auf den Nachttisch. Nach dem Essen, Fox und Hedwig hatten natürlich auch etwas bekommen, cremte die Medihexe wieder die Narben des Jungen ein, was dieser wieder geduldig über sich ergehen ließ. Poppy, ich fühle mich klebrig. Darf ich duschen? Die Krankenschwester sah ihren Patienten prüfend an, bevor sie antwortete. Heute nicht, mein Lieber. Du darfst morgen baden, bevor ich deine Verbände erneuere. Dann können die Hauselfen auch das Bettzeug wechseln. Der Grünäugige nickte resigniert. Er wusste, dass er die Medihexe nicht würde umstimmen können. Stattdessen fing er damit an, die beiden Tiere mit ausgiebigen Streicheleinheiten zu verwöhnen. Irgendwie hatten es die beiden geschafft, sich auf Harrys schmalen Schoß zu platzieren, sodass sie jetzt aussahen wie eine große Fellkugel mit zwei Köpfen. Der Junge war überaus dankbar für die Zuneigung, die diese beiden ihm entgegenbrachten. Er hoffte nur, dass Professor Snape recht hatte und der Direktor nicht wütend war, weil der Phönix die ganze Zeit über bei ihm blieb. Harry konnte es sich nicht leisten, Dumbledore gegen sich aufzubringen. Immerhin würde der Mann über sein künftiges Leben entscheiden. Bei diesen Gedanken wurde es dem Gryffindor wieder ganz flau im Magen. Er wollte gar nicht an morgen denken, wenn wieder andere entschieden, was das Beste für ihn war. Er blickte zu seinem Professor auf. Werde ich morgen nach der Besprechung wieder hierher gebracht? Snape, dem die Verzweiflung in Harrys Blick nicht entgangen war, schloss einmal kurz die Augen, ehe er antwortete, »Nein, wir werden, laut Direktor, wo so lange im Grimmer Place bleiben, bis wir zu einer Lösung gekommen sind. Sie meinen, bis der Orden entschieden hat, wen ich nächste Woche heiraten werde, denn über mein Leben hatte ich ja noch nie ein Mitspracherecht.« Dem Tränkemeister fiel es schwer, den Jungen bei dieser Aussage nicht einfach in den Arm zu nehmen, denn immerhin hatte Harry mit dem, was er sagte, recht. Bisher hatten immer andere entschieden, was das Beste für den Grünäugigen war, und das war ja wohl bis jetzt immer schiefgegangen. Snape strich dem Kleinen einige verwirrte Strähnen aus dem Gesicht, doch noch ehe er etwas sagen konnte, mischte sich Poppy ein. »Also, wenn der Direktor dich wirklich in diesen Hühnerstall verfrachten will, werde ich euch begleiten. Du brauchst immer noch medizinische Betreuung und eine Menge Ruhe. Und ich bin mir sicher, dass du die mit Sicherheit nicht bekommst, wenn nicht jemand dafür Sorge trägt.« Sowohl Harry als auch Snape blickte die Medihexe erstaunt an. Mit so einer Reaktion hätten die beiden nicht gerechnet. Harry hatte sich allerdings schnell wieder im Griff und lächelte die Krankenschwester an. »Danke, Poppy, das ist sehr lieb von dir.« »Keine Ursache, aber jetzt leg dich bitte wieder hin.« Damit half die Krankenschwester dem Jungen, sich richtig im Bett zu drapieren und deckte ihn zu. Nachdem sie ihm eine gute Nacht gewünscht hatte, ermahnte sie dem Professor noch, sich ebenfalls auszuruhen und zog sich zurück. Ehe der Tränkemeister ging, wurde er von seinem Schüler aufgehalten. »Professor, möchten Sie sich das Tränkebuch vielleicht ausleihen?« Und damit zeigte er auf Tränke der Antike, von dem sein Lehrer so begeistert war. »Wollen Sie es denn gar nicht lesen?« »Nicht nötig. Ich kenne das meiste schon auswendig.« Das überraschte Snape, allerdings nicht, dass der Junge ein Zaubertränkebuch auswendig konnte, denn was das Können anging, musste er den Schüler wohl ganz neu einschätzen. »Aber warum hat es ihn Miss Lovegood denn eingepackt, wenn sie es gar nicht brauchen?« Harry lächelte verlegen, ehe er antwortete, »Lona hat es nicht für mich eingepackt, sondern für Sie, Sir.« Als sein Lehrer nur die Augenbrauen hochzog, redete er schnell weiter. »Wissen Sie, ich denke, meine Schwester wusste, dass Sie öfter in der Krankenstation sein würden. Na ja, und sie dachte wohl, dass ich Ihnen das Buch zeigen würde, und...« Verlegen brach der Junge ab und fand wieder mal seine Hände sehr interessant. Oh Mann, wenn der Luna in die Finger bekam, würde er sie bis zu seinem Geburtstag durchkitzeln. Wieso musste sie ihn auch in so eine Situation bringen? Und wenn sie Harry jetzt sehen könnte, würde sie sich sicherlich auch noch köstlich über seine Verlegenheit amüsieren. Snape derweil ging es da nicht anders, auch er musste sich bemühen, bei dem Anblick des Jungen nicht loszulachen. Es war aber auch zu niedlich, wie der Kleine sich benahm. Allerdings konnte er auch nicht umhin, Miss Lovegood Schafsinn zu bewundern. Obwohl das Mädchen immer so abwesend wirkte, schien sie doch über eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe zu verfügen. Etwas, das dem Tränkemeister bis jetzt noch gar nicht so richtig aufgefallen war, und das, wo er die Ravenclaw nun schon seit drei Jahren unterrichtete. Snape nahm sich vor, sie in den nächsten Tagen ganz genau im Auge zu behalten. Nun wandte er sich allerdings wieder dem Jungen zu, der mittlerweile damit angefangen hatte, die Federn seiner Eule auseinanderzuklauben. Diese schien die Prozedur allerdings überhaupt nicht zu stören, sondern machte es sich nur noch etwas bequemer auf dem Schoß ihres Zauberers. Ich würde mir das Buch sehr gerne ausleihen, und wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich es auch ins Hauptquartier mitnehmen, um im Labor einige der Tränke zu brauen. Harry richtete seine Aufmerksamkeit von der Federinspektion wieder auf seinen Tränkelehrer und schenkte ihm ein scheues Lächeln. Gerne, Professor. Gut, aber jetzt sollten Sie wirklich schlafen, bevor die Drachenmutter in Schwestern-Tracht mich noch auswirft. Harrys Lächeln wurde breiter. Ich glaube zwar nicht, dass Poppy das wirklich tun würde, aber trotzdem beherzige ich ihn ratwohl besser. Gute Nacht. Und damit kuschelte sich der Junge tiefer in die Kissen und schloss die Augen. Gute Nacht, Harry. Snape strich seinem Schüler noch einmal kurz durchs Haar und ging dann in seine eigenen Räume. Als Harry am nächsten Tag erwachte, stellte er als erstes fest, dass sein Lehrer nicht wie gewohnt neben seinem Bett saß. Als er darüber betrübt den Kopf hängen ließ, schallte sich der Junge selbst. Natürlich war Snape nicht hier, er hatte sicherlich Besseres zu tun, als ständig bei ihm rumzusitzen. Es war nur einfach so, dass Harry sich an die Anwesenheit des Professors dermaßen gewöhnt hatte, dass es ihm irgendwie falsch vorkam, wenn der Ältere nicht bei ihm war. Sich noch über seine eigene Anhänglichkeit wundernd fing er damit an, seine gefiederten Freunde über das weiche Federkleid zu streicheln. »Weißt du was, Hedwig? Dein Vertrauter hat wirklich einen Knall.« Die Angesprochene quittierte die Aussage nur mit einem leisen Gurren, wobei sie genau wie Forks ihr Köpfchen an der Hand des Grünäugigen rieb. »Guten Morgen, Harry. Du bist hier schon wach?« Der Junge drehte sich um und erblickte Poppy, die bereits wieder geschäftigt um ihn herumwuselte. »Guten Morgen, Poppy. Darf ich dann bitte baden?« »Ja, lass mich nur noch deine Wunden kontrollieren und dieselbe auftragen. Ach ja, und vergiss deine Tränke nicht zu nehmen.« Harry nickte und ließ die ganze morgendliche Prozedur ohne Murren und in Vorfreude auf ein Bad über sich ergehen. Nachdem das alles erledigt war und er auch brav sein Frühstück gegessen hatte, ließ ihn die Krankenschwester endlich ins Bad. Leider nicht, ohne vorher noch einen Überwachungszauber über den Raum zu sprechen, schließlich konnte man ja nie wissen. Dem Griff war das zwar mehr als peinlich, aber er konnte es ohnehin nicht ändern. Also sagte er auch nichts darauf. Als aber die beiden Vögel Anstalten machten, ihm zu folgen, streikte er. »Auf keinen Fall. So gern ich euch auch in meiner Nähe hab, aber waschen würde ich mich gerne allein. Ihr könnt ja einen Morgenflug machen. Immerhin geht es heute wieder zu Sirius ins Haus. Also genieß den Morgen hier noch einmal richtig. Und ich weiß ja auch nicht, ob Fox uns begleiten darf oder ob der Direktor es ihm verbietet.« Daraufhin plusterte sich der Phönix auf und ließ einen schrillen Schrei los, so als ob er sagen würde, das soll der ruhig mal versuchen. Harry lächelte über die Reaktion und streichelte dem Vogel das Gefieder wieder glatt. Es freute ihn, dass Fox offensichtlich so gern in seiner Nähe war. Eine halbe Stunde später, nach Baden und Ankleiden, fühlte sich Harry wieder halbwegs wie ein Mensch. Allerdings stand er jetzt vor einem neuen Problem, seine verflixten Haare. Er hatte sie gewaschen und wusste jetzt nicht, ob er sie mit Magie trocknen durfte. Es waren immerhin noch Sommerferien. Er würde wohl einfach die Medihexe fragen müssen. Also machte er sich fertig und packte seine Tasche, ehe er das Bad verließ. »Poppy?« Die Krankenschwester kam sofort eilig aus dem Vorraum, wo sie noch einmal die Bestände überprüft hatte. »Harry, mein Junge, ist etwas passiert? Und wie siehst du überhaupt aus? Du kannst doch nicht mit nassen Haaren durch die Gegend rennen. Es ist alles in Ordnung. Ich wollte dich auch nur fragen, ob ich einen Trockenzauber anwenden darf.« Im ersten Moment war die Medihexe sichtlich verwirrt. Warum sollte Harry keinen Trockenzauber anwenden dürfen? Bis ihr der Grund für die Frage einfiel. »Mein Lieber, solange du in Hogwarts bist, darfst du immer zaubern. Und jetzt beeil dich, bevor du dir noch eine Erkältung holst.« Der Junge nickte und machte sich ans Werk. Das war das einzig Lästige an langen Haaren, die aufwändige Pflege. Aber er würde sie dennoch für nichts in der Welt abschneiden. Nach dem Trocknen nahm er sich eine Bürste und startete den ewigen Kampf, seine Mähne zu bändigen. Warum musste er auch die Strubbelfrisur von seinem Vater geerbt haben und nicht die glatten Haare seiner Mutter? Irgendwann gab er es auf. Es hatte ja doch keinen Sinn. Zumindest waren die Knoten raus. Zum Schluss band er sich noch einen lockeren Pferdeschwanz, dann war er fertig. Jetzt konnte er nur noch auf den Nachmittag und seine Reise ins Ungewisse warten. Um ehrlich zu sein, hatte er Angst vor der Begegnung mit den anderen. Vor allem mit seinen Freunden und Sirius. Hermine und Ron würden vermutlich beleidigt sein, weil er ihnen nie erzählt hatte, wie es ihm bei seinen Verwandten ergangen war. Und was Sirius betraf, James war sein bester Freund. Er hatte Harry zu seinem Patenkind gemacht und jetzt stellte sich heraus, dass eben jener Freund seinen eigenen Sohn unter den Hammer bringen wollte. Würde sein Pate sich auf die Seite von James stellen und in Harry auch nur ein Objekt sehen? Vielleicht wollte er ihn ja auch selbst verkaufen. Der Grünäugige war sich fast sicher, dass der Minister sogar einen vermeintlichen Massenmörder freisprechen würde, wenn er dafür einen Racheengel-weißen Vampir in die Finger bekam. Bei diesen Gedanken musste Harry unwirklich wieder an seinen Traum denken. Allein bei der Vorstellung wurde ihm schlecht. Er versuchte, sich durch tiefes Atemholen zu beruhigen. In diesem Moment flogen, so als hätten sie es geahnt, Fox und Hedwig wieder in den Raum. Sofort ließen sie sich neben und auf Harry nieder. Fox trellerte wieder eines seiner ruhigen Lieder und Hedwig versuchte doch tatsächlich mitzusingen. Der Junge konnte nicht anders als zu lachen. Seine Eule klang einfach zu süß, wie sie versuchte, die Töne zu treffen. Allein für den Versuch musste er sie einfach knuddeln und auch der Feuervogel kam natürlich nicht so kurz. Die beiden Tiere sahen sich über die streichelnden Hände hinweg an, als wäre ihr Plan ein voller Erfolg gewesen. Poppy, die von dem Lied und dem Lachen angelockt wurde, stand am Türrahmen und beobachtete die Szene lächelnd. Vielleicht sollte sie darüber nachdenken, einige Tiere extra für die Krankenstation zu besorgen. Es schien so, als würde deren Anwesenheit besser zur Heilung von Patienten beitragen, als alle Tränke und Zaubersprüche zusammen. Zufrieden begab sie sich zurück an ihre Arbeit. Harry hatte den Rest der Zeit bis zu seiner Abreise mit Lesen und Mittagessen verbracht. Kurz bevor es Zeit zum Aufbruch war, machten sich seine Gedanken allerdings schon wieder selbstständig. Der Grünäugige wurde wieder nervös und ängstlich. Verzweifelt versuchte er sich einzureden, dass seine Sorgen unberechtigt waren. Sein Pate liebte ihn, er würde nicht zulassen, dass Harry wie ein Tortenstück verkauft wurde. Andererseits liebte Sirius auch seine Freiheit und wenn es möglich wäre, diese rechtmäßig wiederzuerlangen, würde der Herumtreiber einiges dafür tun. Immerhin war er ursprünglich als Harrys Vormund vorgesehen gewesen. Er brauchte dem Minister also nur noch einen Brief schicken, in dem er von James' Plan erzählte und ihm seinen Patensohn anbieten. Die einzige Gegenleistung, die er dafür verlangte, wäre seine Begnadigung. So sehr Harry sich auch bemühte, er konnte sich aus diesem Gedankenstrudel einfach nicht befreien. Wieder wurde seine Atmung unregelmäßig und er fing an zu zittern. Mit der größten Willensanstrengung schaffte er es, sich nicht schon wieder zu übergeben. Nicht einmal auf die beiden Vögel reagierte er im Moment. Poppy war natürlich durch den Überwachungszauber sofort zu ihrem Patienten geeilt und versuchte nun, diesem einen Beruhigungstrang zu verabreichen. Aber alles, was Harry im Augenblick in der Krankenschwester sah, waren die Ärzte aus seinem Traum. Und so versuchte er, verzweifelt um sich schlagend und weinend, sich aus dem Griff seiner vermeintlichen Peinigerin zu befreien. In genau diese Szene platzte Snape. Der Tränkemeister hatte den ganzen Vormittag damit verbracht, Zutaten für Zaubertränke zusammenzupacken, die er vermutlich im Hauptquartier brauchen würde. Darunter auch alles, was er für Harrys Tränke benötigte. Außerdem wollte er unbedingt einige der Rezepte ausprobieren, die er im Tränkebuch gefunden hatte, das ihm der Junge geliehen hatte. Er war immer noch völlig fasziniert, dass sein Schüler es anscheinend wirklich geschafft hatte, einige der in dem Buch enthaltenen Zaubertränke selbst zu brauen. Denn als er genauer nachgelesen hatte, stellte er fest, dass der Illusionstrank, den Harry geschluckt hatte, eindeutig aus diesem Buch stammte. Und das Niveau von Tränke der Antike war nun wirklich weit über dem, was man in der Schule lernte. Der Professor bezweifelte, dass es selbst die Besserwässerung Granger gelingen würde, auch nur einen der angeführten Tränke richtig hinzubekommen. Irgendwie bereitete es Snape eine grimmige Genugtuung, dass der Kleine, im Gegensatz zu seiner Freundin, ein so enormes Wissen hatte, es aber nicht, wie diese, jedem unter die Nase rieb. Warum er sich darüber so diebisch freute, wusste der Tränkemeister allerdings beim besten Willen nicht zu sagen. Nachdem er also sämtliche Zutaten verstaut hatte, musste er nur noch seine Kleidung und Toilettenartikel einpacken und war fertig. Als er auf die Uhr blickte, stellte er fest, dass ihm nur noch Zeit für ein kleines Mittagessen blieb. Danach machte sich der Lehrer auf den Weg in die Krankenstation, um seinen Schüler und Poppy abzuholen. Als er die Tür zum Krankenflügel öffnete, sah er, wie eben jene Krankenschwester sich vergebens bemühte, einen wild um sich schlagenden Jungen unter Kontrolle zu bringen. Außerdem zwei Vögel, die wild mit den Flügeln schlugen und kreischten. Ohne lange zu überlegen, stellte Snape seine Tasche ab und eilte zum Bett. Poppy, was ist passiert? Warum ist Harry so panisch? Severus, ein Glück. Ich weiß es nicht. Vorhin war alles noch in Ordnung. Er saß ganz entspannt da und hatte die Tiere gestreichelt. Im nächsten Moment hat er wie wild um sich geschlagen. Der Tränkemeister drängte sich in Harrys Blickfeld und versuchte, dessen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dabei fielen ihm die nassen Wangen des Kleinen auf. Er griff sich die immer noch wild fuchtelnden Arme und hielt sie fest. Dann setzte er sich aufs Bett und zog den verängstigten Jungen in seine Arme, wobei er ununterbrochen und ruhig auf ihn einredete. Langsam schien der Grünäugige wieder zu sich zu kommen. Es dauerte aber gute fünf Minuten, bis sich seine Muskeln wieder entspannten. Harry, können Sie mich hören? Sögliches Nicken beantwortete die Frage. Können Sie mir sagen, was sie so erschreckt hat? Am liebsten hätte sich der Lehrer für diesen Satz geohrfeigt. Immerhin gab es im Moment einige Gründe, warum der Junge in Panik verfallen konnte. Da musste er nicht auch noch extra blöd nachfragen. Harry blickte seinen Professor aus tränenverschleierten Augen an, ehe er zu einer Antwort ansetzte. Ich will nicht zu diesem Treffen. Am Ende des Satzes war er immer leiser geworden. Er wusste, dass es unsinnbar und dass er sich nicht von einer Konfrontation mit den anderen drücken konnte. Dennoch hätte sich der Junge im Moment lieber im verbotenen Wald von einer Riesenspinne von den Füßen aufwärts verspeisen lassen, als den anderen gegenüber zu treten. Snape verstärkte den Griff um seinen Schützling. Er konnte den Jungen gut verstehen. Auch er könnte sich etwas Schöneres vorstellen, als sich von diesen Idioten blöde Ratschläge anhören zu müssen. Selbst Verbrennung dritten Grades würde er diesen Nachmittag noch vorziehen. Ich weiß. Das war alles, was er darauf sagen konnte. Er wollte Harry nicht mit irgendwelchen Versprechungen Sicherheit wiegen, die er vermutlich ohnehin nicht würde halten können. Zum wiederholten Male verfluchte er James und Dumbledore. Den einen für seinen Egoismus, den anderen für alles andere. Sanft schob er den Kleinen etwas von sich weg, um ihn in die Augen zu sehen. Er sagte nichts und das war auch gar nicht nötig. Harry verstand auch so. Er wischte sich die Tränen weg und stand dann langsam auf. Es hatte ja doch keinen Sinn. Früher oder später musste er sich dem Ganzen stellen. Also, warum es nicht gleich hinter sich bringen? Er nahm seine Tasche. Fox und Hedwig richteten sich wieder auf seinen Schultern ein. Flankiert von Poppy und Snape machte er sich auf den Weg ins Büro des Direktors. Flankiert von Poppy und Snape machte er sich auf den Weg ins Büro des Direktors.